Mein Name ist Marc Rohde. Ich bin Tracker-Fitness-Experte. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Gesundheitsindustrie stelle ich mein Know-How den Unternehmen beratend zur Verfügung, die in der Zukunft dafür sorgen, dass Trackerinnen und Tracker sicher ans Ziel kommen. Für DAF habe ich das Boxstark-Programm entwickelt. Orts- und zeitunabhängiges Trainieren für Berufskraftfahrer. Damit habt ihr nicht nur eine leistungsstarke Maschine, sondern ihr werdet selber zu einer. Für Garmin unterstütze ich die Instinct 2 Diesel. Das ist die erste Smartwatch entwickelt für die Bedürfnisse von Tracker-Fahrern. Hier brauchst du jetzt nur noch neben den Trainings-Tipps ganz einfach deinen Workout starten. Over the top, das Tracker-Training. Das Besondere an diesem Programm ist, ihr bekommt 10 Einheiten a 30 Minuten und das Ganze auf zwei Sprachen, nämlich in Deutsch und Englisch. Meine Mission ist es, Berufskraftfahrerinnen und Fahrer dabei zu unterstützen, leistungsfähig und schmerzfrei ans Ziel zu kommen. So bleibt mehr Zeit fürs Beste für Familie, für Freunde und für die Hobbys. Und wie das geht, das zeige ich dir hier auf Tracker-Fitness.de. Selbst